Grüezi wohl, willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe mein Aquarium jetzt Besatz. Ich habe mir zwölf Amanuga-Nedeln gekauft. Da hinten sieht man gerade eine hinter dem Mosball. Plus ein paar Moskito-Bärblinge und das andere, das da rumschwimmt, sind Perlhuhn-Bärblinge. Zwei schöne kleine Schwärme. Extra klein bleibende Fische gekauft für das 60 Liter Aquarium. Die Amanos sind friedliche Tiere, die sollten die nicht auffressen. Und ja, ich habe festgestellt, das sind wirklich schwimmfreudige Garnelen, also es ist gut, dass ich die in einem grösseren Becken habe, weil die düsen wirklich von links nach rechts fast rohelos. Man sieht sie selten an einer Ecke stehen und wirklich bleiten und grasen. Meistens düsen sie dann gleich weiter. Ja, das war's erstmal von mir. Bei den Ameisen gibt es im Moment nichts weiter zu berichten. Abwarten und Tee trinken. Abo dalassen, Comments schreiben. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.